Ich bin Maik Leon Grosch. Gimondo hat mein Leben verändert. 2006 war ich im Finale von Deutschland sucht den Superstar. Mein Gott, was da los war. Ausverkaufte Hallen, tausende von Fans, im Himmel war Jahrmarkt und ich hatte Freikarten. Dann, ein Jahr später, nichts geht mehr. Armut, Isolation und so ziemlich die schlechteste Ernährung, die man sich vorstellen kann. Pizza, Pommes und null Bewegung. April 2016, der erste Herzinfarkt. Der Raubbaum in meinem eigenen Körper macht sich jetzt bemerkbar. Zu viel Alkohol, zu viele Zigaretten, zu viel Stress, zu viel schlechte Ernährung. All das fordert jetzt sein Tribut. Ich könnte in der nächsten Sekunde tot sein. Ich kämpfe um mein Überleben, kämpfe um meine Familie, kämpfe um meine wunderschöne Tochter und meine Frau. Oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht einfach gehen. Drei Wochen später, der nächste Herzinfarkt. Mein Körper funktioniert nicht mehr. Nichts funktioniert mehr. Ich vertraue meinem eigenen Körper nicht mehr. Ich muss was ändern. Genau jetzt. Und Sport war plötzlich keine Option mehr, sondern die pure Überlebensstrategie. Wenn du dich jetzt nicht bewegst, wenn du dich jetzt nicht besser ernährst, bist du nächstes Jahr nicht mehr da. Ich mache dieses Video, weil ich dich motivieren möchte. Den Anfang zu machen ist immer leicht, aber genauso schnell hört man dann auch wieder auf. Lass so einen gewissen Automatismus greifen. Denk einfach nicht drüber nach. Auch für mich ist das Training nicht jeden Tag einfach. Aber ich mache es und es gibt nicht ein einziges Mal, wo ich danach nicht total glücklich bin. Sport gehört für mich inzwischen zum Leben dazu. Es ist für mich überlebenswichtig. Ich bin kein Covermodel, ich bin kein Mr. Olympia und ich bin weit davon entfernt, ein Sixpack zu haben. Ich bin genau wie du. Ich bin genau wie du. Untertitelung des ZDF, 2020